Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Menschen in diesem Land erwarten, dass die Politik die Flüchtlingskrise zumindest mal ansatzweise in den Griff bekommt. Dass es nicht nur täglich neue Vorschläge gibt aus Bayern, von Obergrenzen, aus Rheinland-Pfalz, von Plänen A2, A3, A4. Auch nicht nur Absichtserklärungen in Berlin zwischen den Parteivorsitzenden, wo dann der eine oder andere Parteivorsitzende hinterher sagt, er hätte es zwar beschlossen, aber nicht gelesen und deshalb gilt es nicht. Und auch, dass auf der Ebene des Bundesrates signalisiert wird, dass man bereit ist, ein Stück weiter zu kommen. Sie, Herr Ministerpräsident, haben im Zusammenhang mit dem Asylpaket 2 signalisiert, dass ein Teil dieses Asylpakets 2 von Ihnen nur unter Bedingungen akzeptiert wird. Wenn es nämlich um die sicheren Herkunftsländer geht, um die Maghreb-Staaten, diese als sichere Herkunftsländer auszuweisen, haben Sie erklärt, das können Sie sich eventuell vorstellen, aber nur unter Bedingungen, nämlich unter der Bedingung, dass eine Altfallregelung, ein Bleiberecht für diejenigen, die schon länger da sind, etabliert wird. Die Folge ist, dass sich jetzt der Entscheidungsgang verzögert. Die Folge ist, dass das Asylpaket 2 zumindest vor diesen Landtagswahlen nicht mehr auf den Weg kommt. Und damit machen Sie, Herr Ministerpräsident, ganz persönlich ein Konjunkturprogramm für die Rechtsradikalen. Wenn nämlich jetzt wieder nichts passiert in dieser Hinsicht. Es ist höchste Zeit, es ist höchste Zeit zu signalisieren, dass man zur Zusammenarbeit bereit ist, dass man bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch notwendig an der Stelle. Die Grünen reden es immer herunter, die Ausweisung von sicheren Herkunftsländern. Da heißt es, es sei Symbolpolitik. Es bringe nichts. Es seien ohnehin wenige. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Im Dezember 2015 hatten wir im Bundesgebiet einen Zugang von 2.300 Flüchtlingen aus Algerien und von etwa 3.000 aus Marokko. Das sind in der Summe über 5.000. Im Jahr 2014 hatten wir insgesamt weniger als 4.000. Und die Schutzquoten, Algerien 1,6 Prozent, Marokko 3,7 Prozent, Tunesien 0,2 Prozent. Bereits in der Landtagsdebatte vom 1. Oktober 2015 habe ich gefordert, diese Länder zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Und in den Tagen zuvor hat sich ja ihre Integrationsministerin ähnlich geäußert gehabt, damals schon. Passiert ist nichts. Es wurde weiter heruntergeredet. Es wurde weiter von Symbolpolitik erzählt. Und jetzt schauen wir uns mal die Zahlen vom Balkan an. Da wurde ja auch behauptet, das bringe nichts. Frau Sitzmann ist durch die Lande gereist und hat erklärt, das bringe zehn Minuten Bearbeitungszeit beim BAMF. Das sei alles. Die Berechnung müssen Sie nochmal offenlegen, Frau Sitzmann, wie Sie auf die zehn Minuten gekommen sind. Faktum ist aber, dass die Zugangszahlen dramatisch gesunken sind. Vom Kosovo hatten wir in Baden-Württemberg im Februar 2015 Zugangszahlen von 2063. Nachdem die Länder des Westbalkans zu sicheren Herkunftsländern geworden sind, hatten wir im November 2015 sage und schreibe noch 38. Da sage noch einer, das bringe nichts. Da sage noch einer zehn Minuten beim BAMF. Dann schauen wir uns mal die Zahlen von Albanern an. Juli 2015 1391, Januar 2016 52. Da sage noch einer zehn Minuten beim BAMF. Das bringe nichts. Nein, Sie wollen nicht. Das ist das Problem. Sie wollen nicht. Sie verhindern die Lösung des Flüchtlingsproblems. Und in anderen Bereichen kommen Sie auch nicht weiter. Die Vernetzung der Landeserstaufnahmestellen immer noch nicht erreicht. Wenn man Landeserstaufnahmestellen besucht, wird einem gesagt, wir registrieren die Flüchtlinge. Es kann sein, Sie gehen dann wieder und werden irgendwo anders neu registriert. Und eine Vernetzung ist bisher nicht geleistet. Das ist Staatsversagen, wie es besser nicht denkbar ist, meine Damen und Herren. Und bei den Abschiebungen kommen Sie auch nicht voran. Von 2010 auf 2015 rühmen Sie sich, Sie hätten die Abschiebezahlen verdreifacht. Von 800 im Jahr 2010 auf 2.400 etwa 2015. Aber die Zugänge haben sich verzwanzigfacht. Von 5.000 auf 100.000. Das ist die Realität in diesem Land. Handeln Sie, meine Damen und Herren. Wir haben 25.000 geduldete Ausreisepflichtige. Das ist zu viel. Das Sachleistungsprinzip. Im September haben Sie zugestimmt, im Deutschen Bundesrat, dass die Möglichkeit geschaffen wird, vom Geldleistungs- zum Sachleistungsprinzip zu kommen. Da ist mittlerweile ein halbes Jahr vergangen. Was haben Sie erreicht? Nichts haben Sie erreicht. Sie erzählen, wir denken über eine Wertkarte nach. Da gibt es demnächst dann eine Ausschreibung. Und bis zur Wahl kriegen wir nichts mehr hin. Das ist das eigentliche Konjunkturprogramm für die Rechtsradikalen. Handeln Sie, Herr Ministerpräsident. Bei der Gesundheitskarte sind Sie ebenfalls nicht weitergekommen bisher. Und hören Sie endlich auf mit dieser unseligen Tradition des Kuhhandels. Immer dann, wenn Sie im Bundesrat einer Verbesserung zustimmen, verlangen Sie Gegenleistungen. Für die einen sicheren Herkunftsländer wird dann die Residenzpflicht ausgehandelt. Hinterher geben Sie sie wieder auf. Für die nächsten sicheren Herkunftsländer wird die Gesundheitskarte ausgehandelt. Und jetzt, jetzt kommen Sie mit einer Altfallregelung, Herr Ministerpräsident, und verhindern damit die Umsetzung des Asylpakets 2. Ich halte das für zynisch. Ich halte das für zynisch. Gerade für einen Grünen. Politische Verfolgung ist nämlich unteilbar, Herr Ministerpräsident. Entweder ein Land ist sicher, dann ist es auch ein sicheres Herkunftsland. Dann braucht man keinen Kuhhandel. Oder ein Land ist nicht sicher, dann kann man es auch durch einen Kuhhandel nicht zu einem sicheren Herkunftsland so machen. Hören Sie auf mit dieser zynischen Politik. Applaus Für die CDU-Fraktion erteile ich das Wort dem Kollegen Mack. Für die CDU-Fraktion. Vielen Dank.